Conference League, Frankfurter Torfestival gegen Helsinki Eintracht Frankfurt hat sich in der Conference League mit einem 6 zu 0, 4 zu 0, Kantersieg gegen HJK Helsinki durchgesetzt. Die Hessen festigten damit Platz 2 Punktgleich hinter Pauk. Endlich wieder eine magische Europapokal-Nacht, Eintracht Frankfurt hat seinen Aufwärtstrend auch international unterstrichen und einen wichtigen Schritt auf dem Weg in Richtung Traumziel Athen gemacht. Die SGE gewann in der Conference League gegen den überforderten finnischen Meister HJK Helsinki mit 6 zu 0, 4 zu 0 und liegt mit nun 6 Punkten aus 3 Spielen im Kampf um die K.O.-Runde voll im Soll. Bis zur Adventszeit stehende noch die Europacup-Spiele in Helsinki, 9.11., bei Pauksaloniki, 30.11., und gegen FC Eberdien, 14.12 Uhr, an. Doppelpacker-Junior Dina Ibimbe, 12., Handelfmeter nach Videobeweis, 89., Robin Koch, 27., Omar Mamusch, 31., Tuta, 45., plus 3., und Ellis Kiri, 55., schossen den Bundesligisten zum ungefährdeten Erfolg. Mit dem dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie tankte die Eintracht nach einem holprigen Saisonstart weiter Selbstvertrauen, am Sonntag wartet in der Bundesliga Borussia Dortmund, 15.30 Uhr. Frankfurter Torwart Graal feiert Debüt Im Frankfurter Tor feierte der 35-jährige Jens Graal sein internationales Debüt, er vertrat wie bereits beim 3 zu 1 bei der TSG Hoffenheim Kevin Trapp. Der Nationaltorhüter, der in der Liga angeschlagen gefehlt hatte, hatte beim letzten Konferenzliga-Auftritt der Eintracht eine höchst umstrittene rote Karte erhalten. Insgesamt wechselte Trainer Dino Topmüller auf vier Positionen, auch Mario Götze kehrte nach seiner Babypause in die erste Elf zurück. Bei allem Respekt vor dem Gegner wissen wir, dass wir der klare Favorit sind, hatte Frankfurts Coach im Vorfeld betont. Als intrigued hat, w olduğu before Leicht macht, ist er ein Teil beyond der Liga angeschlagen, Wahnsinn und Trumpsp SUV. Vielen Dank.